Und wir gehen erst wieder, wenn ich wieder Wettbund machen darf. Hallo? Wir gehen erst, oh nein. Let's rock. Wow, ne Zeitschrift. Komisch, seit wann hab ich den Lied wie Bessinianus abonniert? Ah, die ist, ja, die abonniere ich auch ständig. Hä? Kenn ich den nicht? Warum ist das bei Affen mit Waffen? Oh, das ist mal gelöscht oder so? Jetzt kommt Werbung. Ich pass. Und den Netz von 1&1 haben sie überall ausgezeichneten Empfang und schnelles Internet. Ich kann die Schacht nicht leiten. Alles für nur 19,99 Euro. Bei 1&1 gibt's für jeden. Tolle Smartphone. Schon ab 0. Junge, da läuft ja überall dieselbe Scheiße. Das kennt man aus dem Fernsehen, man. 1&1. Hallo. Die 1&1. Oh, oh, jetzt kommt auf jeden Fall. Jetzt noch günstiger. Ja, man kennt es. Das habe ich auch schon oft erlebt. Damals als Kind durch Fernsehen geschalten auf zwei Sendern. Geläuft derselbe Mist, nur ein paar Sekunden verzögert. Warum? Jetzt das 1&1. Der hat sich aufgehangen. Ende. Tot. 12 Uhr, Mieternachs. Hm. Nur 1&1 leuchtet noch. Mein Team und ich finden alle... Der schläft wohl dort, oder was? In der 1&1-Zentrale. Das ist ja auch nicht schlecht, damit er immer für die Kunden bereit sein kann. Was der Name ist, 1&1. Das ist wild. Ein Jahr Leiterkundenzufriedenheit. Deshalb senke ich den Preis für unseren beliebtesten DSL-Anschluss auf 1999. Dann reden wir auch nicht lange mit den heißen Freier rum, sondern kommen persönlich vorbei. Ah, 1999 und dann kommen noch die ganzen Nachgebühren drauf und wenn du es dann bestellt hast, kriegst du die erste Rechnung. Die sind dann die Monatsgebühren bei 60 Euro. Kennt man. Wobei, persönlich wobei. Seit 16 Jahren arbeite ich bei 1&1. Arbeite ich bei 1&1. Du, das ist aber alt. Echte Allnet-Flat. Einen unglaublichen... 1,99 Euro. Bei 1&1 bekommen sie alles. Übrigens, ihr 1&1 Allnet-Flat gibt's jetzt noch günstiger. Unglaubliche 14,99 Euro. Also, das ist dann wirklich ein Albtraum, Alter. Da würde ich wegrennen im Traum. Hallo. Moderne Smartphones sind echte Alleskönner. So fahren sie das richtige Netz. Und mit diesen 1&1 zu bestellen, die überall ausgezeichnet sind. Was ist die denn bei einem Smartphone nicht dazu? Das ist der erste Rechnung. Junge, ich krieg doch ja auch nischt mehr mit, Alter. Ich höre nur noch 1&1 gerade. Das ist das einzige, was ich gerade noch verstehe. 1&1. Mehr verstehe ich gerade überhaupt nicht mehr. Nur noch 1&1 hier. Das ist ja... Jetzt reicht es. Ja, definitiv. Oh, oh, jetzt kommt Marcel Davies. Jetzt wird raus. Oh, der kann aber gut fahren. Marcel Davies, 1&1. Hallo. Und wir gehen erst wieder, wenn ich wieder den Bund machen darf. Wir gehen erst. Oh nein, das ist aber nicht cool. Ich bin Marcel Davies. Hallo. Ab sofort werden Sie gehen. Es kann nur einen geben. Das bin nämlich ich. Und wenn nicht, kümmere ich mich persönlich darum. Oh, oh, oh. Eieieieieieieiei. Ja, der ist tot. Oh nein. Das bin ich. Ja, ach, Wahnsinn. Oh, scheiße. Aber jetzt muss ich nur noch Werbe. Hallo. Wir haben eine Umfrage. So Gott, die Werbung besteht aus Marcel Davies, oh Mann. ...gemacht, was DSL-Kunden wichtig ist. Das 1&1-Marktpad wollen 35%. Unsere LSD-Modem. LSD-Modem, geil! So was hier zertog schon. Ist ja krass. 50, meine Mailadresse. 78%. Wie, 78 wollen deine Mailadresse? Warum? ...wichtigste, und das wollen 99%, ist Marcel Davies. Das wäre nämlich ich. Ich will nicht unbedingt, hätte ich nichts dagegen, warum auch nicht? Mein Briefkasten ist noch Platz. Herr Neumann, das hier ist unser DSL-Modem. Oder besser gesagt, unser DSL-Modem. Oh Gott, das ist so krass, Alter. Der Marcel Davies hat schon ein schweres Leben, Mann. bis zu Noise. Der Marcel ist noch alles. den